guck mal hier ich bin so stolz ein ukulele ganz aus holz es ist eine ohana sk 35 g s g es steht für gloss das sieht man die ist super glänzend lackiert und aus massiven hagoni holz ja ist wirklich sehr hübsch es ist ein sehr schickes möbel sie hat wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe auch wieder 15 bünde links und rechts ein hübscher satz ohren ein hardwood griff brett und akila seiten was soll der klang schnacken rein damit kommen wir hier kriegen ja 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 Musik Musik Ja, spiegelt ganz schön, ha?